Als Herbstdekoration oder für einen Geburtstagsanlass sind doch so lustige, schöne Flügelpilze perfekt. Hier nehme ich einen Eierkarton, den ich unten schön den Rand anschneide. Es gibt manchmal so Eierkarton, die unten noch so etwas ründlich sind, so Wellenform. Das zeigt natürlich auch super aus, wenn man solche brauchen könnte. Das Naturhölz leime ich dann mit dem Rügelkohl an. Jetzt mache ich aber mit der Autofarbe Klassisch-Rot das Ganze an und kann so perfekt mit dem Finger hineingehen, dass es gut hält und nicht verrutscht. Wenn das Ganze dann mit dem Klassisch-Rot angemalt ist, lasse ich es gut trocknen, bevor ich mit dem Deko-Pointer Weiss die bekannten weissen Pünktchen mache. Ich habe hier bereits schon ein Beispiel vorbereitet, wo ich jetzt mit dem Deko-Pointer die weissen markanten Pünktchen, die man vom Flügelpilz kann, draufmalen. Und ich stelle es in einem Ort hinein, damit ich gut die Pünktchen trocknen kann, damit sie nicht runterlaufen. Ich habe hier bereits ein Altglas vorbereitet, das gefrostet und getrocknet ist. Darin hat es Kästen und Zäpfchen. Die sind perfekt und man dann die Steckchen mit dem Flügelpilz so reinstellen kann, damit sie auch gerade im Glas stehen. Jetzt stelle ich als erstes ein Pendalchen um das Glas herum und dann mit dem Deko-Pointer Rot noch Herbstzauber draufschreiben. Man könnte natürlich auch etwas für einen Geburtstag draufschreiben, das gerade passend sein würde. Das Ganze gut trocknen lassen, die Flügelpilze einstellen und schon hat man eine wunderschöne Herbstdekoration. Dekoration